Sie hören Stadt der Bären von Frederik Backmann Aus dem Schwedischen von Ancherieck Blankenburg Gelesen von Heiko Deutschmann Ein Hörbuch des Argon-Verlags An einem späten Abendende März nahm ein Teenager eine doppelläufige Schrotflinte in die Hand, ging damit geradewegs in den Wald, Stadt richtete die Waffe gegen die Stirn eines anderen Menschen und drückte ab. Die nachfolgenden Geschichten erzählen, wie es dazu gekommen ist. Es ist gerade Anfang März und noch ist in Björnstadt nichts passiert. Heute ist Freitag und alle warten gebannt auf den morgigen Tag, an dem die Juniorenmannschaft von Björnstadt Eishockey im Halbfinale gegen die beste Mannschaft der Jugendliga Schwedens spielen wird. Wie wichtig mag das sein? Natürlich nicht besonders wichtig, wenn das Spiel nicht ausgerechnet hier stattfinden würde. Klack, 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 klack. Die Stadt erwacht wie an jedem Wochentag schon früh, denn kleine Orte müssen sich einen gewissen Vorsprung sichern, um sich in der Welt behaupten zu können. Auf die Reihen der Pkw's auf dem Parkplatz vor der Fabrik hat sich schon eine Schneeschicht gelegt und die Beschäftigten stehen mit halb geöffneten Augen und noch halb geschlossenem Bewusstsein schweigend Schlange, um sich ihre Existenz mittels elektronischer Zugangskarten von der Stempeluhr bestätigen zu lassen. Dort stampfen sie sich in Erwartung eines ersten Kicks in Form von Koffein, Nikotin oder Zucker, der ihre Körper zumindest bis zur ersten Pause einigermaßen funktionstauglich machen soll, mit Autopilotblicken und Anrufbeantworter stimmen den Schneematsch von den Stiefeln. Draußen auf der Landstraße verlassen die Pendler gerade in ihren Autos den Ort, um die größeren Städte hinterm Wald anzusteuern, wobei sie mit ihren Fausthandschuhen fluchend gegen das Gebläse hämmern, wie man es nur tut, wenn man betrunken ist, im Sterben liegt oder zu früh am Morgen in einem eiskalten Peugeot sitzt. Wenn sie sich ganz still verhalten, können sie es selbst in ihren Autos hören. Klack, 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 klack. Maja wacht in ihrem Zimmer auf, in dem die Wände zugepflastert sind mit Bleistiftzeichnungen und gesammelten Eintrittskarten von Konzerten, bei denen sie war, weit weg von Björnstadt. Es sind zwar nicht annähernd so viele, wie sie sich wünschen würde, aber bedeutend mehr, als ihre Eltern ihr eigentlich erlaubt haben. Sie bleibt im Bett liegen und spielt im Pyjama Gitarre. Sie liebt alles an diesem Instrument. Das Gewicht auf ihrem Körper, das Klingen des Holzes, wenn sie mit ihren Fingerspitzen dagegen klopft und den festen Druck der Seiten auf ihrer Haut, noch bevor sie richtig wach ist. Für sie klingen die schlichten Töne und die sanften Riffs wie ein himmlisches Spiel. Sie ist 15 und hat in ihrem Leben schon viele Leidenschaften entwickelt, doch die Gitarre wird immer ihre erste Liebe bleiben. Das Instrument hat ihr das Dasein in dieser Stadt erträglicher gemacht und geholfen, es als Tochter des Sportdirektors eines Eishockey-Clubs mitten im Wald auszuhalten. Sie hasst Eishockey, kann aber die Leidenschaft ihres Vaters nachvollziehen, denn der Sport ist nur ein anderes Instrument als ihres. Ihre Mutter flüstert ihr immer ins Ohr, Trau keinem, der nichts im Leben uneingeschränkt liebt. Ihre Mutter liebt einen Mann, der einen sportbegeisterten Ort liebt. Björnstadt ist eine Eishockey-Stadt, deren Einwohnern man vieles nachsagen kann, aber nicht, dass sie unzuverlässig wären. Wenn man hier wohnt, weiß man, was einen erwartet. Tag ein, Tag aus. Klack, 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 klack. Björnstadt, die Stadt der Bären, liegt völlig abseits im Nirgendwo und selbst auf der Landkarte hat der Ort eine ziemlich unnatürliche Form. Er sieht aus wie ein besoffener Riese, der versucht hat, seinen Namen in den Schnee zu pissen, würden manche sagen. Als hätten Mensch und Natur ein Tauziehen um den Lebensraum gegeneinander veranstaltet, würden möglicherweise die etwas gemäßigteren einwenden. Die Stadt verliert sukzessive in allem. Jedenfalls ist es schon lange her, dass sie einmal irgendetwas gewonnen hat. Die Arbeitsplätze werden immer weniger, sodass die Einwohnerzahl jedes Jahr sinkt und der Wald verleibt sich in jeder Saison ein oder zwei leer stehende Häuser ein. In ihrer Blütezeit hat die Gemeinde am Ortseingang ein Schild mit einem... ... ... Vielen Dank.